Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am nächsten Sonntag ist Muttertag. Meistens gibt es ja dann einen wunderschönen Blumenstrauss, die Väter machen dort morgen und die Kinder sind an diesem Tag besonders lieb. Auch wir befassen uns heute mit den Müttern, fangen aber ganz von vorne an. Nach einem bekannten Pillenknick Mitte 60er Jahre sind in der Schweiz Geburtenzahlen längere Zeitrückläufe gewesen. Dieser negative Trend hat sich jetzt aber freulicherweise geändert und unsere jungen Familien sorgen dafür, dass es mit dem Wachstum der Bevölkerung wieder aufwärts geht. Im Schnitt kommen bei uns jeden Tag 230 Kinder auf die Welt, die von Buben im Moment ganz leicht in der Überzahl sind. Wegen dem einfachen und zeitsparenden Zubereiten brauchen die Mütter heute weitgehend die praktischen Fertigmahlzeiten. Sie geben den Eltern zudem die Sicherheit, dass ihr Kind ausgewogen, abwechslungsreich und dem babygerechten Geschmack entsprechend ernährt wird und alles bekommt, was es für seine Gesundentwicklung braucht. Die Hersteller und ihre Partner aus der Landwirtschaft legen nämlich grössten Wert auf die Qualitätssicherung und überwachen schon den Anbau von Gemüse und Früchten mit strenger Kontrolle. Ein grosser Teil der jungen Mütter, genauer gesagt rund ein Drittel, kauft Babynahrung bei GOP. Es hat sich nämlich umgesprochen, dass man bei GOP die bekanntesten Vertrauensmarken bekommt, und zwar zu Preisen, die das Haushaltbudget nicht auch noch unnötig belastet. Eine der führenden Marken ist Milupa. Die hochwertigen Babymahlzeiten sind einen idealen Übergang nach der Stillzeit, also etwa nach dem dritten Monat, weil sie auf der Basis von Milch hergestellt werden und sich darum besonders gut für die Ernährung der Kleinkinder eignen. Milupa gibt es als Milchbrei mit Früchten, mit Südfrüchten und mit Gemüse und sind natürlich überall bei GOP erhältlich. Bei Nestlé, einem der führenden Hersteller, befasst man sich seit über 125 Jahren mit Kindernahrung. Dank langer Erfahrung in den eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren kann man eine moderne Produktpalette anbieten, die den Bedürfnissen der ersten Lebensmänner anpasst und einfach in der Anwendung ist. Beim Bebemenü Vollkorn zum Beispiel wird kein Zucker zugesetzt. Die Süße wird aus dem Getreide gewonnen, was die Löffelmahlzeiten angenehm im Geschmack und noch leichter vertaulich macht. Ausserdem enthalten sie viele notwendige Nähr- und Aufbaustoffe in den empfohlenen Mengen und sie sind zum Abwechseln in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Dass Sicherheit und Qualitätskontrolle bei den Herstellern von Kindernahrung ganz gross geschrieben wird, habe ich schon erwähnt. Dazu der Beitrag von Galactina, Kindernahrung mit viel Gemüse aus biologischem Anbau. Die 24 herrlichen Mahlzeiten sind speziell auf die Bedürfnisse der Kleinen abgestimmt und fix fertig zubereitet. Klein-Kinder sind ganz speziell empfindlich auf der Nährung. Darum müssen die Gläsli-Mahlzeiten für unsere Kleinen nach dem Lebensmittelgesetz zehnmal weniger Schadstoff enthalten, als für Erwachsene erlaubt ist. Die Kindernahrung mit viel Gemüse aus dem Biogartenbau ist somit ein weiterer Beitrag von Galactina und GOB als Wohlbefinden von ihrem Kind. GOB, ein Spezialist für Babynahrung und Babypflege, habe ich am Anfang dieser Sendung gesagt. Und das nicht ohne Grund. Bei GOB kommen sie nämlich auch das Neusten über, was die Babyhygiene betrifft. Zum Beispiel die Fixis, die neue Exklusivmarke von GOB. Die neue Höslewindel hat ein Komfortband, das beim Auf- und Zumachen der Windel beweist, dass ihr Name Fixis zurecht besteht. Der neue Saugkörper halten durch verstärkte Saugkraft an den entscheidenden Stellen Nottrochner und es gibt sie natürlich speziell für Boys und Girls. Die Fixis bietet den Müttern aber auch für alle drei Entwicklungsphasen Baby-, Mobil- und Junioren spezielle Problemlösung. Und das erst noch zum absolut überzeugenden Preis. Machen sie am besten mal einen Vergleich. So, und jetzt kommen wir halt doch noch zum obligaten Muttertagsblumenstrauss. Die Aktionen bei GOB. Den schönen Blumenstrauss zum Muttertag kommen sie über für nur 12,90 €. Alle GOB-Früchtequark im Duo sind 60 Rappen günstiger. Der Erdbeerquark zum Beispiel kostet nur 1,15 €. Und 10 Schweizer Eier Klasse A gibt es für nur 3,30 €. Das Kilo Schweizer Frischboulet kommen sie über für nur 5,90 €. Ausserdem offerieren wir ihnen diese Joggingschuhe in Grösse 33 bis 45 für ganze 25 Franken. Und auch in den GOB-Restaurants wird gespart, aber ohne auf Sparflammen zu kochen. Ein St. Peters Fischfilet, schöne Müllerin mit Rahmspinat und Salzertöpfel gibt es dort für nur 8,50 €. Zum Schluss noch ganz kurz ein Hinweis auf das Original, das in Bulgarien seit Jahrtausenden und in der Schweiz exklusiv bei GOB hergestellt wird. Das traditionelle Bulgarian-Joghurt, bis jetzt als besonders feines Naturvollmilch-Joghurt bekannt und beliebt, ist jetzt auch in 5 fruchtigen Varietäten erhältlich. Und das wäre es schon wieder gewesen für heute. In einer Woche kommen dann eher die Hundenbesitzer auf die Rechnung. Wir stellen Ihnen unter anderem die neue Vollnahrungslinie Bingo Balance vor. Bis dann, auf Wiedersehen! Okay? Okay! Okay. Okay. Okay